Pizzet, du bist auch noch da, ja cool, 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 das freut mich. Mich frustriert das Level, ja, mich hat das mit Morden auch mal kurz eben frustriert, ja. Wenn die eigenen Level einen frustrieren, ist es schon bitter, Digga. Ey, ich muss wirklich mal von Super Mario Bros. das 1.1 Level lernen, weil du hast ja so viele Vorurteile damit, das wird ja so oft geremaked. Oder ist das, ah ne, das ist nicht Super Mario Bros. 1.1, das ist was anderes. Oh Gott, was ist das? Okay, 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 ist okay. Wieder eine Minute für ein Level, Digga. Wie hat denn der Weltrekord 10 Minuten, Digga, hast ja Lack ohne Ende. Äh, wirklich, holy shit. Scheiße, Digga, okay. Ende, Ende, Ende. Ja, okay. Hm. Immerhin. Immerhin war schnell zu Ende. Hört ihr, wie ich den Knopf vergewaltige? Das hört man wahrscheinlich. Ist auch gut so. 7, 3. Also 7, 3. Also Welt 7 in einfach. Das ist, das ist echt komisch. Was ist denn wirklich, oh Gott. Was ist denn wirklich einfach? Was ist denn wirklich einfach? Oh Gott, oh Gott. Komm, Ende. Oh, warum den Clowns Kutsche? Es soll doch schnell zu Ende sein, Junge. Wart, dauert das lange? Okay, okay, okay. Es ist gleich geschafft. Vor der Kacktür. Oh man. Ja, das ist bitter. Drei Level. Nicht mal drei Minuten. Immerhin. Wieder 1-1. Okay. Diesmal Super Mario Bros. oder was kommt jetzt? Das ist auch nicht Super Mario Bros. Fuck. Oder? Soll das Super Mario Bros. sein? Was ist anderes? Nein, oder? Als bin ich nicht ernsthaft gestorben. Oh man. So ein Scheiß. Und das Level geht nicht mal lange, Digga. Das Level geht nicht mal lange und ich sterbe. So dumm. So dumm. So dumm. Let's go! Hm, 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 hm. Das ist leider wieder so ein Run, der nicht gut wird. Super. Ach, das habe ich ja super gemacht. Das habe ich ja super gemacht. Was ist das denn wieder für ein Müll hier, Digga? Nee, jetzt kommt nicht jeder Kooperling, oder? Oh Gott. Oh nee, okay. Okay, okay. Okay. So, ich glaube jetzt kommt, das war jetzt, war das der vierte Level, den wir erst geschafft haben. Nee, das war der fünfte, okay. Ja, wenn jetzt hier ein kurzer Level kommt, dann wären wir so in der Nähe des letzten richtig guten Runs. Utility Level. 2 Sekunden mehr, Digga, das ist in Ordnung. Okay, der Run könnte echt gut werden. Der Run könnte echt gut werden. Komm schon, komm schon. Boom, Booms Underwater Battle. Underwater. Underwater? Das dauert immer so lange, Underwater. Nee. Komm schon. Bittes ein gutes Level jetzt. 2, 1. Oh Mann. Ziel. Jetzt direkt. Ziel. Komm. Yes. Yes, Mann. Okay, der Skip hat sich gelohnt. Komm schon. Komm schon. Gleich haben wir die Hälfte geschafft. Gleich haben wir einfach die fucking Hälfte geschafft, Digga. Wieder eins. Es ist so fanny. Es ist irgendwie nicht immer Mario Bros. Muss man sagen. Oh Gott, hier kann man durch. Aber mach schnell jetzt einfach Ziel und fertig. Hä? Hat mich die Tür zurückgebracht? Nee. Ziel? Digga. Ich will zum Ziel, verdammt nochmal. Ach, warum dauert das denn wieder so lange? Oh, hier, hier, das sieht aber nach Ziel aus. Okay. Irgendwie sagt mir das Gefühl, dass es nicht so geil ist, aber, ja, mal schauen. Wie viele Level haben wir jetzt geschafft? Sieben. Haben sieben an... Nee, acht. Acht. Okay. Acht. Da sieht die Welt immer anders aus. Okay, komm, jetzt wieder was Ultra-Kurzes. Wir brauchen jetzt mal wirklich was Schnelles. Was wirklich schnell vorbei ist. Okay. Als ob. Was ein witziger Typ, Mann. Aber das war schnell vorbei. Das war verhältnismäßig, war das schnell vorbei. Trotzdem bitter. Das sind so die Sekunden, die brauchst du einfach. Das sind ehrlich so die Sekunden, die brauchst du einfach. Äh, na, 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 na. Okay, von der Zeit her kann das Level jetzt nicht so lange dauern. Das war schon ein bisschen ein schönes Gefühl, ein Level hochzuladen. Das stimmt. Ach, du hast ein Level hochgeladen? Ah, krass. Sorry, wenn ich irgendwann mal was überlese, aber wegen Speedrun und so bin ich jetzt nicht ganze Zeit voll auf dem Chat fokussiert, aber ich denke ja, ihr könnt es nachvollziehen. Ah, okay, 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 okay. Was? Ah, Welt 1 stand da schon mal. Das klingt ganz gut. Warte mal. Eichel. Das könnte echt helfen. Das war ein Fehler, oder? Nein, war es nicht. Oh, lol. Wie viel Luck muss man haben? Wie viel Luck muss man haben? Wahrscheinlich Weltrekord von einem Level, oder? Oh, man. Okay, doch, das sieht jetzt relativ gut aus. Es könnte ein guter Run werden. Jetzt bloß nicht verkacken und bitte einfach Glück haben. Shotball, bitte. Das ist nicht eins dieser Ball-Super-Ball-Level. Doch, ist es. Die kannst du skippen. Die kannst du skippen, Alter. Komm, mach schnell jetzt, Digga. Bitte, mach jetzt was Schnelles. Sag bitte, dass das schnell geht. Ziel? Nein. Als ob. Jetzt nochmal was kommt. Hallo? Ach, doch, die Stamm-Attacke, Mann. Ey. Als ob das jetzt... Oh, Mann. Jetzt bloß 8 Sekunden. Ja, wird minimal schlechter vielleicht der Run. Aber noch ist ja alles drin. Insgesamt ist es ein guter Run. In 5 Sekunden kann man das abschließen. Wie denn? Level ist hochgeladen. Okay, nice. Das ist cool. Boost Supreme Part 2. Ja, Part 2. Da heißt, dass das Ziel direkt am Anfang ist. Oder? Komm, schnell. Schnell jetzt, Digga. Ja. Komm. Komm schon, Digga. Bitte. Wie viele Level sind es noch? Es sind nicht mehr viele. Noch drei Level. Drei Level. Es könnte ein neuer Rekord werden, Digga. Es könnte echt ein neuer Rekord werden. Komm, bitte. Jetzt mach einfach schnell. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zwei Level. Zwei Level. Wir sind erst bei 12,5 Minuten. Alter, das ist voll der gute Run. Jetzt bitte kein Scheiß. Komm, bitte irgendwas. Komm. Was ist dieser Run, Digga? Was ist dieser Run? Zwei Level noch. 15. Komm, 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 komm. Schnell, schnell. Einfach schnell. Stern ist immer gut. Stern und Castle, das ist gut. Lass mich durch, lass mich durch. Lass mich durch, Mann. Ja, let's go. Let's go. Mach schneller die Scheiß-Animation. Jetzt kommt nur noch ein Level. Ja, ich bin ein Wiener. Ein Level nur noch. Ein Level nur noch. Komm. Alter. Komm, komm, schnell. Mach schnell vorbei. Komm, japanisch. Schnell vorbei. Komm, bitte. Nein. Oh Gott. Ich habe echt Herzklopfen gerade, weil ich mich einfach frage, wann es jetzt gerade vorbei ist, Mann. Ziel. Okay. Yes. Danke. für deinen Scheiß-Effekt, Mann. Oh mein Gott. 14-1. Das ist fast eine Minute besser. Oh mein Gott. Alter. Alter, wie geil ist das denn? Ich habe jetzt aber auch keinen dummen Fehler gemacht. Das waren 14-1. Das waren 16 Level. Was ist denn 16 Level? Seht ihr das? Oh mein Gott. Try Hard 4S. Willkommen im Stream. Alter, 14-1. Das ist voll gut. Was ist denn das in der Weltrangliste jetzt für ein Platz?